Liebe Kollegen, ich möchte Ihnen heute das Highlight des letzten Jahres, was definitiv nicht Corona war, mit Ihnen teilen. Das war unser Online-Terminierungssystem Dr.Lib. Für das mache ich jetzt indirekt Werbung, obwohl wir da keinen Cent für kriegen. Wir sind ja auch nur Kunden. Aber ich möchte Sie vielleicht überzeugen, unserem Überweisernetzwerk beizutreten. Was heißt das? Sie können aus Ihrer Praxis online sofort Termine bei uns in der Praxis machen und Ihre Patienten direkt bei uns einbuchen. Alles, was Sie hier sehen, sind alles Patienten, die online ihre Termine bei uns gemacht haben. Und das können Sie entweder über Ihren Computer machen, das können Sie von Ihrer Rezeption aus von Ihrem Computer machen oder eben über das Handy des Patienten. Und wenn Sie dann sogar Kunde bei Dr.Lib werden, dann geben Sie auch bitte uns als Referenz ein, weil wir werden dann eine Überweiser- oder eine Empfehlungsprämie bekommen, die wir dann aber dafür nutzen werden, Bäume für Sie zu pflanzen. Vielen Dank und haben Sie Spaß mit unserem Beitrag.